Bei der Mondspaltung, als die Qurayshiten zu ihm kamen und sagten, O Gesandte Allahs, zeige uns ein Wunder von den Wundern deines Herrn. Du sagst ja, du kannst Wunder bewegen und dein Herr hat dich uns geschickt. So war es eine Vollmondnacht. Und der Mond war genau am Berggipfel dazwischen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, seht ihr den Mond? Sie sagten ja. Dann hat er mit seinem Finger auf den Mond gezeigt und er spaltete sich durch zwei, sodass der Gipfel zwischen den zwei Hälften war. Als sie das gesehen haben, waren sie erstmal mundtot. Wir haben ihn was gefragt und er hat geliefert. Nach einigen Minuten, die vergangen sind, haben sie gesagt, was haben sie gesagt? Natürlich haben sie nicht geglaubt. Sie haben gesagt, Sahara na Muhammad, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat uns mal wieder verzaubert, wie schon immer. Oder wie schon oft. Und deswegen der Vers in Surat al-Kamar, Surat 54, Vers 1. Die Stunde ist ja näher gerückt und der Mond hat sich gespalten. Und wenn sie eine Aya sehen, hier die Mondspaltung gemeint, in Surat al-Kamar. Und sie sagen dazu, sehr lustige, sehr raffinierte Zauberei. Und das Witzige ist ja, als die Karawanen danach kamen und sie auch gefragt wurden, ob ihr den Mond durch zwei gesehen habt, haben sie das bestätigt. Doch so ist es, wenn man hochmütig ist, nimmt man diese Wahrheit nicht an.